Die Euphorie der US-Aktienmärkte ist am Anschlag. Einer der zentralen Gründe dafür ist, dass man davon ausgeht, dass die Inflation weiterfällt. Weswegen die Fed dann schon im September die Zinsen wird senken können. Wir sehen wieder neue Rekorde. Wir sehen extreme Parameter, was die Überkauftheit an den Märkten betrifft. Kann also nicht schief gehen, gibt es kein Risiko. Oder, aber ich will darauf hinweisen, dass wir einen sehr krassen und eigentlich unerklärlichen Widerspruch haben bei den Daten, die heute zur Inflation in den USA erwartet werden, also um 14.30 Uhr. Und wir wollen uns vor den Daten die ganze Geschichte mal anschauen. Zunächst mal, Consumer Price is expected to have cooled further in June. Man erwartet also, dass die Inflation weiter zurückgeht. Und das begründet eben die Hoffnungen für Rate Cuts durch die Fed. Hier sehen wir mal, die Inflation hat sich ja, was die Jahresrate, also was den Vergleich zum Vorjahr betrifft, weitgehend so knapp über dieser Marke von 3% stabilisiert, nachdem wir die ganze Zeit seit 2023 runtergekommen sind. Und hier sehen wir mal das, was die Märkte erwarten, nämlich die Fed Fund Futures, wie es mit den Zinsen weitergeht. Diese dicken Punkte, das ist die Konsenserwartung, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Also man erwartet, dass jetzt bei der nächsten Sitzung Ende Juli die Zinsen unverändert bleiben. Dann aber September erste Senkung und Dezember dann nochmal eine Senkung. Hier sagt man, Great Traders grow more confident in Fed Rate Cut. Und warum? Ja, wir haben natürlich schon einige Gründe dafür. Wir haben gesehen, dass die Arbeitslosenquote in den USA gestiegen ist auf jetzt 4,1. Wir sehen, dass wir weniger neue Jobs haben. Wobei dieser Arbeitsmarktbericht, die Non-Farm-Payrolls, die sind aus meiner Sicht eh nicht ernst zu nehmen. Aber Schwarm drüber. Wir sehen leicht geringeres, aber nicht wirklich Lohnwachstum. Aber wir sehen eine Declining Core Inflation, also eine nach unten kommende Kerninflation. So die These. Jetzt gucken wir uns mal an, was für heute in der Jahreszahl, Headline-Zahl, also mit Energie und Nahrung erwartet wird. Dann sehen wir die Wahrscheinlichkeit hier 3,1 Prozent, 50 Prozent, dass das so eintritt. 27 Prozent, dass wir drunter liegen bei 3,0 und 4 Prozent bei 2,9. Also man sieht hier, dass die Wahrscheinlichkeit tendenziell so ist an den Wettmärkten, dass die Inflation so reinkommt, wie erwartet. Vielleicht sogar ein bisschen nach unten überraschen wird. Der CPI Nowcast, also praktisch so ein Prognosemodell der Fed, sieht auch eine relativ moderate Inflation heute. Und wir sehen rechts hier mal das, was sozusagen an Bewegung zu erwarten ist, was die Optionsmärkte erwarten. Da sind die heutigen Daten doch die große Hausnummer. Vor dann Ende Juli der Fed und kurz danach den Non-Farm Payrolls, also den neuen frischen Arbeitsmarktdaten. Aber hier sehen wir mal jetzt das, was die verschiedenen Banken erwartet. Headline-Zahlen erwartet im Durchschnitt knapp 0,1 Prozent. Medianerwartung ist 0,07 Prozent. Bei der Kerninflation erwartet man einen Anstieg von 0,22 Prozent, wie Sie hier in der Grafik sehen, zum Vormonat. Kerninflation ist ja die Inflation ohne Nahrung und Energie. Und aus meiner Sicht besteht hier ein massiver Widerspruch, der eigentlich nicht funktionieren kann. Denn man erwartet also, dass die Inflation, wo Energiepreise drin sind, wo man die Energiepreise mit einrechnet, niedriger ist, als wenn man sie rauslassen würde. Das ist das Merkwürdige. Jetzt gucken wir uns mal an. Nehmen wir hier noch die Erwartungen 3,1 Prozent Headline-CPI im Durchschnitt und Core, also Kernrate 3,4 Prozent. Jetzt gucken wir uns mal an, aber was eigentlich der Ölpreis gemacht hat, was die Benzinpreise gemacht haben. Wo also, wie sich Energie entwickelt hat im Juni, aus dem ja die Daten jetzt sind. Wir sehen, ich habe das hier, wo Sie links diesen Chart mit dieser Hand sehen, da beginnt der Juni und wir sehen, wir sind um und bei, glaube ich, 7% gestiegen beim Ölpreis im Juni in der Summe und wenn wir Benzin angucken, sind wir sogar noch deutlicher gestiegen, RB1 ist hier der Benzin-Future, wir sehen das auch an den Tankstellen, die Preise sind im Juni wieder gestiegen. Das ist doch eigentlich ein eklatanter Widerspruch, wir sehen, dass die Energiepreise gestiegen sind, faktisch im Juni, aber die Märkte erwarten, dass die Inflation, wo die Energiepreise enthalten sind, niedriger ist, als die Inflation, wo die Energiepreise nicht enthalten sind, das kann eigentlich nicht sein, vielleicht haben die Amerikaner dann wieder einen statistischen, wie soll man sagen, Wundergriff, wo sie sagen, ja aber wir haben jetzt die Energiepreise seasonal adjusted, also seasonal angepasst, weil das bedeutet, dass das, was Sie dann als Amerikaner an der Tankstelle tanken, ist faktisch zwar der Preis, den Sie bezahlen, aber nicht der Preis, den wir berechnen, weil seasonal adjusted, saisonal angepasst, also das ist vielleicht das statistische Wunder, aber wenn dieses Wunder nicht passiert, dann kann das nicht stimmen, dann passt das nicht zusammen, denn die Energiepreise sind faktisch im Juni gestiegen und nicht gesunken, was diese Erwartungen nahe legen würden. Und dann gucken wir uns mal den Rohstoffindex an, gemessen am CRB-Index, hier wo Sie diese gestrichelte Linie sehen, das ist der 31. Mai, also der Beginn Juni und wir sehen, seitdem geht es auch für die Rohstoffpreise nach oben, mit hin also latent für die Kosten der Unternehmen, wir haben ja morgen dann die, nicht die Verbraucherpreise, sondern morgen haben wir die Produzentenpreise, also das, was die Firmen sozusagen hier am Kosten haben, an Preisen aufrufen und wir sehen hier zum Beispiel mal eine Einschätzung in diesem Institutional Letter, also einen Brief, der nur an institutionelle Investoren versendet wird, dass man hier erwartet, dass hier die Gefahr bestehen könnte, dass die Kerninflation sich ein bisschen wieder beschleunigt, weil die Güterpreise gestiegen sind, weil sozusagen diese Güterpreisdeflation, die wir ja lange Zeit gesehen haben, nicht mehr so wirklich der Fall ist. Wir werden sehen, wie es reinkommt, man hat bei JP Morgan hier die Chancen und Risiken, das könnte dafür sprechen, dass die niedriger ist, dass sie höher ist und so weiter, aber wie gesagt, wenn wir hier schon mal Energie uns angucken, wenn wir uns Rohstoffe angucken, dann ist eigentlich zumindest die Inflation, wo Energie drin ist, sollte nicht niedriger sein als die Berechnung, wo die Inflation, wo die Energie nicht drin ist. However, wir sehen, wenn ich das noch bemerken darf hier, hier sehen Sie mal jetzt den Schiffsverkehr ums Kap der guten Hoffnung. Das ist ja jetzt die Route schlechthin, nachdem der Suezkanal aufgrund der Houthis mehr oder weniger kaum mehr angesteuert werden kann. Panama-Kanal hatte vorher Schwäche mit oder Probleme mit zu wenig Wasser, das ist glaube ich jetzt weitgehend überhoben oder zumindest zum Teil überhoben, aber hier das Kap der guten Hoffnung, da geht der Schiffsverkehr deutlich nach unten. Wir sehen, wir haben jetzt kaum mehr als vor dieser ganzen Houthi-Geschichte, die ja die Schiffe da beschießen, weswegen da keiner mehr fährt, weil die Versicherungen das nicht mehr zahlen oder nur noch horrende Prämien aufrufen. Also wir sehen, da ist etwas los, das könnte die Lieferketten wieder beeinflussen und dann eben auch zu steigenden Preisen führen, by the way. Aber dies nur als Nebenerwähnung, bleiben wir nochmal bei der US-Inflation, da sehen wir hier, ein deflationärer Faktor dürfte sein, die Gebrauchtwagenpreise. Das liegt an zwei Gründen, warum die fallen. Erstens, weil die Preise für gebrauchte E-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge ebenso massiv unter Druck kommen, zum Beispiel bei Tesla und Konsorten, Sorgen wegen Batterie und so weiter und so fort, geringe Nachfrage. Und der zweite Grund ist, dass viele Amerikaner sozusagen sich ja Autos finanziert haben, geleast haben und jetzt ihre Raten nicht mehr bedienen können, sodass die Autos dann zurück an den Autohändler gehen, sodass der sehr viel Bestand hat. Und wenn viel Angebot da ist, dann sinken die Preise. Rechts sehen wir mal, dass wir jetzt so langsam wieder an den gleitenden Durchschnitt, an die Durchschnittswerte rankommen der letzten Jahre. Aber das nur am Rande. Aber für die Märkte natürlich entscheidend die Reaktion. Was heißt das? Und gucken wir uns mal JP Morgan an. Da hat man hier die verschiedenen Modelle. Also wir gehen nach oben, wenn das und das. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeiten mal zusammenzählen, warum der Markt gewinnen wird, dann sind wir da mal ganz entspannt bei 82,5 Prozent. Sieht also JP Morgan faktisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte mit diesen Daten steigen. Und nur eine Wahrscheinlichkeit von 17,5 Prozent zusammengezählt, warum die Märkte fallen könnten. Nämlich wenn die Inflation hier CPI über 0,25 Prozent ist oder nur über 0,3 Prozent. Man erwartet an den Märkten von den Optionsmärkten eine Bewegung von 35 Punkten beim S&P 500. Also nicht ganz ein Prozent. Und jetzt ist die Fed natürlich in einer seltsamen Situation. Paul hat gestern Interessantes gesagt. Wir kommen an den Punkt, wo der Arbeitsmarkt ein Problem wird. Und er sagt ja auch, was er schon vorher mal gesagt hat, du musst nicht warten, bis die Inflation bei 2 Prozent ist, damit du die Zinsen senken kannst. Aber faktisch sagt Paul ja das, wenn wir jetzt die Zinsen senken, dann riskieren wir, dass möglicherweise eben auch die Inflation wieder ansteigt. Das ist genau das, was eben jetzt diese Zickmühle ist. Jetzt auf der anderen Seite ist die Wirtschaft in ernsten Problemen. Das ist das, was Paul hier mit dem Arbeitsmarkt adressiert. Gestern übrigens interessant, Paul wurde gefragt, ja, wann hast du Joe Biden das letzte Mal getroffen? Er sagte, er, das war 2022 und es war genau am 31. Mai 2022. Und da hatte Biden offenkundig klargemacht, Jiromi, bring mir die Inflation bitte auf 2 Prozent, sonst habe ich hier ein Riesenthema. Ganz ist dieser Auftrag nicht gelungen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Wirtschaft. Da sehen wir hier zum Beispiel Hausmarkt. 6,9 Prozent der zum Verkauf stehenden US-Häuser hat in den letzten Wochen Preissenkungen gesehen. Das heißt, die mussten ihren zunächst aufgerufenen Preis senken, weil das Haus nicht verkaufte werden konnte. Das ist der höchste Wert, seit die Daten aufgezeichnet werden von Redfin seit 2015. Wir sehen Baubeginne zum Beispiel, niedrigster Wert seit vier Jahren, Baugenehmigung und alles sehr, sehr schwach. Wir sehen also Probleme am Arbeitsmarkt und wir sehen deshalb auch wegen den hohen Zinsen natürlich Probleme am Immobilienmarkt. Jetzt vergleichen wir mal den S&P 500, der ja ein neues Allzeithoch erreicht, in Relation zum Hausmarktindex, zum Humbelderindex. Dann sehen wir, da sind wir sozusagen in einer Situation, die krass abweicht. Da sind wir weit, weit entfernt von Allzeithochs. Also das ist vielleicht eine interessante Beobachtung, dass hier diese Divergenz, genauer gesagt, zwischen dem S&P 500 und alles, was mit Immobilien zu tun hat, extrem krass ist. Und so sagt zum Beispiel jetzt Goldman Sachs, also vielleicht könnten schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft dann auch wirklich schlechte Nachrichten sein. Schauen wir uns unten zum Beispiel mal die Differenz zwischen dem S&P 500 und dem Dow Jones Transport an, also den Transportwerten, die ja ein Frühindikator sind für die Wirtschaft. Die ist maximal krass. Übrigens auch zu Bitcoin, die Korrelation zwischen Bitcoin und etwa dem Nasdaq ist jetzt so gering wie schon relativ lange nicht mehr. Insgesamt sind wir jetzt in den Endzügen einer sehr positiven Saisonalität. Normalerweise von Anfang Juli bis Mitte Juli steigt der S&P 500 um 1%. Ich glaube, es ist schon deutlich mehr gestiegen. Wir sehen, wie die Bären sich hier auf einen Baum geflohen haben, voller Angst. Wir haben jetzt einen, wir sind am oberen Ende des Trendkanals angekommen, sind massiv überkauft und haben jetzt zum Beispiel die Bollinger Bänder beim WIX, also beim Volatilitätsbarometer, die haben sich jetzt so stark zusammen oder liegen so nahe beieinander. Und dann normalerweise passiert dann etwas, dann hast du irgendwie plötzlich eine massive Bewegung, die kommt. Und hier sehen wir mal, dass zum Beispiel die Tagesrange beim WIX, die ist jetzt eigentlich so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr, kann man fast sagen. Und obwohl die Märkte, die Aktienmärkte, die Indizes gestern in den USA, also Dow Jones, Nasdaq, S&P und so weiter, Russell, alle um und bei 1% im Plus waren, sehen wir, dass der WIX fast 3% gewonnen hatte gestern. Da sind offenkundig ein paar Leute dabei, sich abzusichern, sehen wir jetzt auch am Optionsmarkt. Und dann haben wir solche Geschichten wie Tesla, die jetzt, wie viele Tage jetzt, 10 Tage hintereinander gestiegen ist. Die Aktie hat jetzt im 4-Stunden-Chart ein RSI von 93,64, das ist der höchste Wert der Geschichte. Und man hat mal eben 40% zugelegt, 250 Milliarden an Marktkapitalisierung für heiße Luft, könnte man sagen, die uns Elene Maske erzählt. Ähnliches Spiel bei Apple. Apple ist ja sehr schwach in dieses Jahr gestartet, war ja mit Tesla die schwache Aktie. Jetzt sehen wir diesen parabolischen Anstieg und jetzt sagt man also, wir gehen davon aus, dass wir 10% mehr neue iPhones dieses Jahr praktisch verschiffen werden, verkaufen werden als letztes Jahr. Also man würde dann mehr oder weniger diese Verluste, die man vorher hatte, einigermaßen wieder ausgleichen. Was natürlich rechtfertigt, dass die Aktie jetzt massiv gestiegen ist und eine Marktkapitalisierung von über 3,5 Billionen hat. Heute auch die Meldung, dass die iPhones jetzt in China zum Vorjahresmonat um 40% gestiegen sind, weil eben Apple die Preise massiv senken musste. Das geht natürlich auch in die Marge. However, kommen wir mal zur Stimmung. Wir haben hier die aktuellen Daten der US-Privatanleger. 49,2% Bullish, nur noch 21,7% Berisch. Das ist eine ziemlich heftige Differenz. Wir sehen die Vermögensverwalter in AAIM, die sind mit 103% drin. Wir haben jetzt erst mal seit Mai 2022 im Fear & Greed Index wieder Gier, erstaunlicherweise. Gleichzeitig sehen wir, dass die bullische Positionierung in Equity Futures, also in Index Futures, auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren ist. Beim S&P 500 haben wir ein ESI über 80. Wir sind oberhalb des Bollinger Bandes. Es kann alles nur noch weiter nach oben gehen, meine Damen und Herren, zumal der Semiconductor-Index, also der Halbblätter-Index jetzt, auf dem höchsten Stand seit 1997 ist. Gestern waren es vor allem wieder Apple, aber vor allem die Dickfische waren wieder dick im Grün. Stellung, Paul macht gleich mal Selfie und sagt, Burschen, es geht jetzt sehr bald weiter. Kommen wir noch mal kurz zu den Geschehnissen in den USA in Sachen Biden. Da hat ja Nancy Pelosi gestern im Grunde gesagt, Biden muss jetzt bald mal entscheiden. Es ist seine Entscheidung, ob er antritt oder nicht, aber die Zeit läuft aus. Es gibt eine neue Umfrage, die sagt, denken Sie, dass Biden einem anderen Kandidaten Platz machen sollte? Bei Unabhängigen, die also weder Demokraten noch Republikaner sind, sagen 72 Prozent ja, bei den Republikanern sagen 70 Prozent ja, bei den Demokraten immerhin 53 Prozent. Gestern dann auch ein Bericht bei Axios, wo Schumer sagt, ja, also ich bin offen für den Gedanken, dass da ein anderer Kandidat vielleicht mal rankommt. Dann sehen wir das sofort bei Wettplattformen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Biden, der Kandidat wird, deutlich nach unten gegangen ist. Denn Pelosi und Schumer, das sind sozusagen die alten Granden der Demokraten, die haben natürlich doch einen Einfluss. In China übrigens ging es heute mal ausnahmsweise nach oben. Liegt auch daran, dass die chinesischen Behörden jetzt Short-Selling erschwert haben. Man hat das Relending eingeschränkt, praktisch unmöglich gemacht. Und das bedeutet, dass es kaum mehr möglich ist, China Aktien zu shorten. Das ist sozusagen der Versuch, diesen Aktienmarkt jetzt im Umfeld des Parteiplenums zu stabilisieren. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Inflation heute, 14.30, was zu erwarten ist. Wenn Sie da wissen wollen, was da die Konsenserwartung ist, was alles zu berücksichtigen ist. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Zweite Empfehlung, wie geht das jetzt weiter mit S&P 500? Das ist die längste Rallye des Jahres vor einer Feuerprobe. Numero 2 und die Numero 3, Signore, ist der Kanal, wenn Sie diese ganzen Grafiken, die ich Ihnen zeige, irgendwie konservieren wollen, dann gehen Sie zu Twitter, respektive X. Und auf den X-Kanal oder Twitter-Kanal von Finanzmarktwelt, das ist, ich darf das in aller Bescheidenheit sagen, aus meiner Sicht somit das Beste, was Sie im deutschsprachigen Bereich, viele englische Geschichten natürlich sind da mit dabei oder englischsprachige, was Sie da wahrscheinlich finden werden. Also diese drei Empfehlungen, 14.30 wird spannend, wir werden darüber dann sofort berichten um 14.30. Ich sage Servus, Ciao.